Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Willkommen auf der Kirmes des Tele-Stammtischs. Ich bin Till und mit mir im Ring sind Werner und Johannes. Moin. Moin moin. Moin moin, ab geht die Fahrt. Aber sowas von. Und zwar mit Ringo. Rock'n'Roll Ringo. So heißt der Film im Ganzen, den wir jetzt besprechen wollen. Ist ein deutscher Film, eine deutsche Produktion. FSK 16 kommt am 5. September bei uns in die Kinos und geht eine Stunde 41 mit Abspann. Ähm, Regie, Drehbuch, Dominik Galizia, wenn ich das richtig ausspreche, wahrscheinlich. Den kennt man nur bedingt, wenn man Heikos Welt oder Figaros Wölfe gesehen hat. Ähm, aber die meisten dürften ihn nicht kennen. Ich weiß nicht, habt ihr davon was gesehen? Sagt euch der Name was? Nee, ich kannte den vorher auch nicht. Ich bin auch nur hier durch den Tele-Stammtisch auf den Trailer von Rock'n'Roll Ringo gestoßen. Werner? Nichts. Ich hab nie von ihm, nie von ihm gehört, gesehen, gelesen. Der ging bei mir völlig unterm Tisch. Ja, also die Namen hab ich wahrscheinlich durch irgendwas im Internet mal gelesen, zumindest die beiden Filme. Aber ich hab keine Ahnung, was das ist. Absolut null. Und die Hauptdarsteller, also den Martin Rode kannte ich auch nicht. Der hat auch in Heikos Welt mitgespielt, aber das ist, soweit ich das gesehen hab, sein einziger Film. Und da ist noch dabei Lisa Sira Herder. Habe ich auch noch nie was von gehört. Wen man kennen könnte, ist Margarete Tiesel. Die hat recht prominent vor ein paar Jahren im Goldenen Handschuh mitgespielt, den ich leider immer noch nicht gesehen habe. Aber müsste ich irgendwann mal nachholen. Kennt ihr zumindest Margarete Tiesel, Johannes? Ja, Margarete Tiesel hat bei Paradies Liebe von Ulrich Seidel auch die Hauptrolle gespielt. Das ist einer der unangenehmsten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also es ist super empfehlenswert, aber es ist ein sehr harter Film. Also nicht, dass der irgendwie grafisch irgendwie Gewalt zeigt, aber da geht es um Sextourismus von älteren Frauen, die halt nach Afrika fahren. Und das ist ein sehr, sehr unangenehmer Film. Aber es macht sie, also es ist unglaublich krass, wie sie da schauspielert und da, ja, da liefert sie ab. Okay. Also ich kenne sie aus der Eberhofer-Reihe. Da hat sie ja bei ein paar mitgespielt. Aber das ist dann auch schon das Ende der Fahnenstange. Der goldene Handschuh, da stand ich davor vor anderthalb Jahren. Seitdem wollte ich den Film nachholen und habe es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Okay, Klassiker, ja. Muss ich auch noch machen. Ja, so, Ringo, Rock'n'Roll Ringo, ganz kurz, worum geht es, Johannes? Ja, der Film begleitet den Gerüstbauer Ringo Fleisch, der zu Beginn des Films seinen Job verliert und dann nicht so recht weiß, wo er hin soll. Er landet dann als Aushilfskraft bei der Kirmes und lässt sich dann von zwei Schaustellern bzw. einem Schausteller-Pärchen überreden, Kirmesboxer zu werden. Und das sehen wir dann den Film. Ja, genau. Das ist es runtergebrochen. Ich habe, also ich bin darauf gestoßen, tatsächlich auch wegen des Trailers, der uns reingespült wurde. Werner, was hast du erwartet, bevor du, also ich habe dich ja einfach angeschrieben und gesagt, pass auf, hast du Bock? Und du hast einfach ja gesagt. Hast du irgendwas erwartet oder warst du einfach nur nett zu mir? Ja, letzteres an erster Stelle. Aber als ich eben da mitbekommen habe, gut, Kirmesboxer, ich bin jemand, der schaut viel Kampfsport. Also sei es jetzt MMA, sei es Wrestling oder Boxen, wenn es um sowas geht, bin ich eigentlich immer für einen Film zu haben. Und da das deutsche Kino unterstützt werden muss, wenn es nicht um Til Schweiger geht, dachte ich, naja, nimmst du dir mal Zeit, gibst dir mehr als schiefgehen kannst nicht. Das ist richtig. Johannes, bei dir? Ja, der Trailer, der ist richtig flashy, ne? Also der ist mit geiler Mucke unterlegt, der sieht auch richtig stylisch aus, der Trailer. Habe ich gedacht, ja, wie Werner das eigentlich sagt, es gibt ja abseits der üblichen Komödien im Mainstream-Kino hier ganz, ganz viel, was ich auch irgendwie jahrelang ignoriert habe. Und ich versuche dieses Jahr so ein bisschen was aufzuholen und da war es irgendwie ganz passend, dann, ja, sich Rock'n'Roll Ringo mal anzugucken. Ja, genau das habe ich eigentlich auch gedacht. Also vorweg würde ich sagen, dass die Leute, die sich den anschauen, weil sie Bock auf einen Boxfilm haben, ihre Erwartungen nicht der Qualität unterschrauben sollen. Nein, dazu kommen wir später, sondern bezüglich des Boxens, weil es ist primär ein Drama, beziehungsweise Familiendrama und weniger ein Boxfilm. Darüber, das ist halt so das Bindeglied, an der sich die Story so ein bisschen aufhängt und vorangetrieben wird. Und dann lernt er Personen kennen von Kirmes, bla 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 und so weiter. Aber es ist definitiv kein reiner Box- oder Sportfilm. Klar, Kirmes ist jetzt nicht unbedingt Box-Sport. Dazu kommt, dass ich peinlicherweise wahrscheinlich keinen relevanten Boxfilm gesehen habe, den es gibt. Ich habe nicht ein Rocky geguckt. Ich habe kein Southpaw geguckt. Ich habe, glaube ich, außer Million-Dollar-Baby nichts an Boxfilmen geguckt, weil ich gar keinen Bock auf Boxen habe und aber weiß, die werden mir wahrscheinlich alle gut gefallen. Sünde. Sünde. Ja, ist so. Das tut mir leid. Aber ich habe, Rocky zumindest, habe ich natürlich alle Teile hier stehen. Aber ja, aber sowas soll man auf jeden Fall nicht erwarten. Das ist schon mal vorweg gesagt. Ja, was macht den Film denn besonders? Das ist so ein bisschen, also der Schriftzug alleine zeigt schon, dass es ein bisschen flashy ist, ein bisschen was anderes ist. Und unser Hauptdarsteller hat ungefähr so viele Worte wie Arnie in Terminator wahrscheinlich. Mehr Zeilen dürften das nicht sein. Und das Besondere ist, dass uns der Film, dass uns eine Off-Stimme begleitet, die aber immer in Reimen erzählt, was gerade passiert oder was passiert ist. Und das finde ich tatsächlich ziemlich interessant. Irgendwie, weil man könnte sich einfach den Reim anhören und hätte wahrscheinlich die Zusammenfassung der Geschichte. Habe ich, müsste man jetzt natürlich im Detail nochmal nachlesen, aber wie hat euch, das ist ja, das zieht sich ja durch. Wie hat euch das gefallen? Vielleicht Johannes als erstes. Ich fand das super spannend, weil es ja auch irgendwie so ein Kontrast ist zu dieser harten Welt, die da von ihm gezeigt wird. Und was natürlich richtig cool ist, Erwin Leder, das ist der Schauspieler, der den Kirmespastor spielt. Der spricht auch diesen Erzähler. Da habe ich gedacht, den kannte ich irgendwoher. Den kannte ich dann aus dem ersten Underworld. Da hatte der irgendwie eine kleine Nebenrolle. Und man muss einfach sagen, der hat ja so eine tolle Stimme und der trägt das so toll vor. Also es wird ja nicht häufig eingesetzt, aber ich fand das richtig gut. Ich hätte mir fast gewünscht, dass das noch häufiger einfach passiert, weil ich dem so gerne zuhöre. Ja, das stimmt. Werner, hat dir das getaugt? Ich fand den Ansatz auch sehr erfrischend und hätte mir genau wie ihr auch wirklich mehr davon gewünscht, denn das ist ja gerade etwas, was man zum einen im deutschen Kino sowieso selten sieht und auch allgemein, wenn es jetzt um die Art Filme geht in meinen Augen, könnte man das wirklich öfter einsetzen. Also ja, gerne mehr davon. Ja, das fand ich auch. Das war ein interessanter Ansatz. Vor allem, weil ja, die Deutschen machen ja gerne Familiendramen. Das ist ja nun mal bekannt. Und gerade das mit diesen Reimen und so ein bisschen eher dieser Stumme, naja, hält zumindest einem Hauptdarsteller, ist so ein bisschen was, was das ein bisschen vom normalen deutschen Familiendrama abhebt. Und egal, in welche Richtung es geht. Und da gucke ich nicht Til Schweiger an, sondern ich meine wirklich richtige Dramen. Ja, wie hat euch so die Inszenierung gefallen? Also abseits von dem, was wir jetzt schon hatten, dass es halt mit dieser Stimme begleitet wird, sondern einfach so atmosphärisch inszeniert. Wie seid ihr mitgegangen mit Ringo? Ja, also ich finde, der hat einen ziemlichen Oldschool-Look. Also der wirkt jetzt nicht höchst modern und scharf bis zum Gehtnicht, sondern da fühlt man sich wirklich ein paar Jahre zurückgeworfen, weil von der Optik und auch so vom Sound her ist das eher ein bisschen was Klassischeres. Klassischeres. Und das war an sich auch ein guter Ansatz, muss ich wirklich sagen. Und ja, die Musik selber war jetzt nicht meinen Geschmack, muss ich zugeben. Aber es hat zum Film, zur Situation, zur Story, zum Charakter gepasst. Von daher ist, was die Produktion in dem Punkt angeht, eigentlich nicht viel zu bemängeln. Johannes? Voll, das geht mir ganz genauso. Man sieht ja auch richtig schön so den Filmkorn. Also dadurch hat er wirklich so eine Retro-Atmosphäre und fängt, finde ich, auch mit der Lichtgestaltung, dieses Jama-Gefühl, was wir, glaube ich, alle kennen, irgendwie super ein. Also allgemein diese Atmosphäre, wie es vermutlich, ich meine, das wissen wir nicht, wie es da ist, als Schausteller da ja auch irgendwie hinter den Kulissen zu sein. Das transportiert er, finde ich, richtig, richtig gut. Und der Film fängt ja auch schon spannend an. Während die ersten Zeilen von diesem Erzähler transportiert werden, sieht man ja, weiß ich nicht, irgendwie vermutlich Sternenhimmel oder irgendwas. Und dann stellt sich raus, es war einfach nur, es war einfach nur ein Bier. Und das ist einfach, also da muss ich so ein bisschen, weiß ich nicht, an die Simpsons denken, wenn irgendwie, gibt es ja auch solche Phasen. Oder es gibt auch irgendwie eine Szene in der Feuchtgebiete-Verfilmung, wo irgendwie man auch irgendwie auf mikroskopischer Ebene startet und stellt sich raus, das ist irgendwie eine öffentliche Toilette. Also da sind so richtig schöne Ideen dabei, wo man denkt, das sieht man sonst selten. Auch wenn man dann mal einen Boxkampf sieht, dann ist das total verwaschen, weil man auch irgendwie selber Ringo irgendwie nicht auf der Höhe ist. Und das transportiert der Film schon sehr gut, finde ich. Ja, das stimmt. Das fand ich auch. Den Anfang, siehst du, den habe ich total unterschlagen. Ich dachte auch jetzt, oh cool, coole Idee, das sind bestimmt, keine Ahnung, Nervenbahnen, weißt du, wo dann die Impulse durchschießen und dann, ja gut, das war Bier, hast du ja gerade gesagt. Das war, das fand ich cool. Das war eine gute Idee und generell, ja der möchte so ein bisschen in dem, ach, es ist immer schwierig, wenn man so Tarantino-esk sagt oder, mein Gehirn lässt mich im Stich, wie heißt der von Hot Fuzz? Edgar Wright. Edgar Wright, ey, einer meiner Lieblingsregisseure. Genau, also so, weißt du, so eine ganz, nur eine ganz leichte Note von dieser Art von besonderem Film schwingt da mit. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe an Nicolas Winning Refn gedacht, so die deutsche Light-Version davon, also Light, Light, Light muss man sagen, aber das ist ja immer noch ein Kompliment. Absolut, genau, das sind halt nur, das ist nicht, der Film möchte nicht sein, wie diese Regisseure Filme inszenieren, sondern das sind nur so Nuancen, die er so mit rein, mit rein spült. Und Winning Refn, ja, dann hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Neon benutzen müssen, aber definitiv, ja. Er hat dadurch auf jeden Fall was Eigenes, was ihn irgendwie von anderen Filmen unterscheidet. Auch wie manchmal so Szenen, wo man denkt, okay, jetzt sehen wir einen Boxkampf, dann wird der einfach vom Schnitt übersprungen. Das finde ich, also es gibt immer diese Momente, wo man so ein bisschen merkt, dass es ein Film ist, aber halt im positiven Sinne, weil man denkt, uh, das habe ich aber irgendwie, sieht man selten und das ist einfach total schön zu sehen. Es gibt auch so eine Szene, wenn er mit dem Pastor zusammensitzt, dann haben die Gespräche und am Ende des Gesprächs fährt die Kamera immer näher an die Augen. Man denkt, hä, bin ich jetzt hier in einem Western und wir sind kurz vorm Duell? Fand ich richtig gut auch. Ja, der denkt sich so ein paar Kleinigkeiten, er findet es nicht neu, aber er mischt das ganz cool durch, aber er überreizt es halt auch nicht. Das finde ich, das ist so mit den Reimen auch so ein Ding, ein bisschen mehr wäre cool gewesen, aber das hätte halt auch schnell nach hinten losgehen können. Er hätte es ein bisschen mehr machen können, weil das von der Stimmung her cool war, aber er setzt gute Nuancen, also fand ich zumindest. Er übertreibt es eigentlich mit nichts, was man im Film sieht. Ja. Ja. Oder? Finde ich auch. Reicht. So. Dann, also wie gesagt, er hat auch noch eine Tochter und natürlich ist er ein schlechter Vater, natürlich ist er Alkoholiker, natürlich sitzt er immer in der gleichen Bar, trinkt immer wieder sein Korn und sein Bier. Und dann hört man auch seine Frau anrufen oder man sieht kurz seine Frau, Ex-Frau. Natürlich hat er auch nie Zeit und vergisst immer alles und kennt sich eigentlich nicht so richtig aus, was seine Tochter angeht. Und dann kommt sie aber ihn besuchen. So und das ist so ein bisschen, da fängt dann so richtig so der Zwiespalt an von Familiendrama, sich um die Tochter kümmern. Natürlich kann man in so einem Film die Tochter nur enttäuschen und dann geht es noch so ein bisschen in die kriminelle Schiene. Da rutscht er auch einfach so rein, weil er ist halt so dieser stumme Typ, der sich eigentlich auch nicht so richtig durchsetzen kann, es manchmal dann aber doch schafft. Wie hat euch das gefallen, als die Tochter dann so richtig mit ins Spiel gekommen ist und das dann so ein bisschen vom Kirmes ab ins Kriminelle gerutscht ist, weil er lernt ja auch noch so eine junge Frau kennen. War das okay, war das glaubwürdig im Rahmen des Films oder fandet das doof? Ich fand das eher aufgesetzt und ziemlich schwach. Also mich hat das dann absolut gar nicht abgeholt, als die Tochter dann so ein bisschen in den Mittelpunkt gerutscht ist, einfach weil sie davor nicht relevant genug war, um ihr dann eben diese Rolle so abzukaufen. Und auch der Bezug zu ihr war irgendwie nicht so stark, wie man es einfach kaufen möchte. Ich meine, ja, er sucht sich einen Job und ja, er will das für seine Tochter tun, aber wenn er es dann tut, dann fühlt sich das nicht so an, als hätte er es für sie getan. Und für mich wirkte das einfach eher so aufgesetzt 0815, jetzt kommt Tochter-Drama-Teil. Ah, okay. Johannes, siehst du das ähnlich oder bist du, ist das bei dir gut durchgegangen? Nein, mir ging das ähnlich. Ich mochte die erste Stunde, wo ja eigentlich die Handlung kaum relevant ist, wo einfach so ein bisschen dieses Leben auf der Kirmes stattfindet und gezeigt wird. Und ich mochte auch die Chemie, die Ringo mit Jenny hat, also gespielt von Larissa Sierra Herden. Die hatten irgendwie so eine Dynamik, wo sie so eine Taffel ist und er halt, also Martin Rode spielt den ja auch so komisch, weil also der verzieht ja gefühlt, außer in den letzten fünf Minuten, wo er dann irgendwie mal lächelt, keine Miene. Und er sieht wirklich, also das ist schon eine Leistung. Ich kenne ja Martin Rode nicht, aber wenn man, also Ringo sieht halt wirklich aus, als sei er nicht so helle. Und wenn man mit ihm redet, als würde da im Gehirn, das ist echt irgendwie, als würde er eine krass lange Leitung haben. Und das ist irgendwie schon spannend. Und ja, weiß ich nicht, am Ende, das ist irgendwie so eine dramatische Zuspitzung, die habe ich irgendwie nicht gebraucht. Ich glaube, ich hätte es einfach schön gefunden, wenn man einfach dieses Wissen ziellose da auf der Kirmes, das hätte mir, glaube ich, gereicht. Ich bin da auch bei Werner, weil es auch so plötzlich kommt, also hätte das vorher irgendwie schon regelmäßig irgendwie stattgefunden. Also zwar schreibt er irgendwie auf dem Handy mal mit seiner Ex-Frau oder mit seiner Tochter oder sowas, aber wirklich präsent ist das nicht. Ich meine, das passt auch irgendwie zu seinem Leben, aber ja, trotzdem. Vor allem, weil es am Ende ja auch so, ja weiß ich nicht, dann, weiß ich nicht, wird das Hanebüchen? Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also ich fand, das Ende, es hat irgendwie, es hat mehr zum Erzähler und so diesen bisschen übernatürlich, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich finde es schwierig, im Wort zu fassen. Ja, das geht so ein bisschen, ja, das geht so ein bisschen in Richtung Philosophie, ne? Also, dass man am Ende das Gefühl hat, also das wird jetzt kein Spoiler oder so, aber am Ende das Gefühl hat, jetzt geht der Reim über in den Film. Also, wir hören quasi ein Märchen aus dem Off und das sehen wir jetzt aber auch, das spiegelt sich jetzt im Film wieder. Das wird plötzlich, das hat nicht mehr dieses, ja, dieses kalte, stumpfe, deutsche Kirmesgefühl und man verfolgt einfach nur jemanden, der sein Leben nicht im Griff hat, sondern dann schnappt sich plötzlich der Off-Sprecher, unser Reimer, unser Poet und übernimmt so ein bisschen den Film. Weil es, ja, also es ist schwierig, ohne Spoiler zu sagen, aber so würde ich es ein bisschen umschreiben. Das hat, das Ende fand ich zwar dann ganz gut, aber was ihr schon sagtest mit der Tochter, das hat sich manchmal so ein bisschen, so ein bisschen gebissen. Der würde wahrscheinlich auch ohne Tochter gut funktionieren, wahrscheinlich ein bisschen besser, weil der Fokus, wie er auf Ringo gelegt wird und er einfach wirklich überall rein stolpert, das hat mir gut gefallen. Das hätte den Film auch, glaube ich, auf 90 Minuten gut getragen. Ja, aber für mich ist das eigentlich noch eines der kleineren Probleme gewesen, muss ich zugeben. Da hat der Film noch ganz andere Schwächen. Schieß los, deine Problemliste. Alles andere. Also das, was wir angesprochen haben, das passt soweit, das sind ja größtenteils noch die positiven Punkte gewesen, aber abgesehen davon, muss ich zugeben, hat mich der Film größtenteils wirklich sehr gelangweilt. Und blicken musste ich nie richtig. Spannend war er nie richtig. Packend war er nie richtig. Ich meine, wir haben ja gesagt, inszeniert ist er gut. Bild, Ton etc., alles toll. Aber wenn es dann eben um den Kern eines Films geht, hat er mich nahezu komplett verfehlt. Okay, interessant, ja. Das war bei mir nicht ganz so drastisch, aber wenn, bevor Johannes gleich dazu was sagt, wenn das dich so alles gestört hat, wie hat dir denn der große Heinz gefallen? War das eher eine Nervfigur oder fandest du den dann noch ganz gut, ein bisschen zum Stimmungsaufhellen A und B, so ein bisschen hat er ja auch Drama gemacht, wenn er mit in der Szene war? Also gut oder nicht gut? Mir hat er eigentlich ganz gut gefallen. Also da fand ich, hat er noch mitunter das größere Charisma-Cat und hat mehr zum positiven Teil des Films beigetragen, als dass er gestört hat. Ich hätte mir gewünscht, dass er wirklich richtig austickt, dass er ein bisschen so ein Psycho ist, aber ja, das ist was anderes. Johannes, was hat dir nicht gefallen? Gehst du mit Werner mit? So. Klingt. Also das ist schon irgendwie krass. Ich fand das jetzt, also wir haben den ja alle das erste Mal gesehen, schon irgendwie faszinierend, aber ich glaube auch, ich brauche den nicht noch ein zweites Mal sehen, weil der halt da schon, ja, sich halt sehr viel Zeit lässt und man sich irgendwie wirklich ja darauf einlassen muss, dass er diesen Alltag auch so ein bisschen, ja, vielleicht so ein bisschen unspektakulär zeigt. Also oder dann gibt es halt irgendwie nochmal so eine übliche Trainingsmontage und also das ist zum Teil dann etwas Standard. Ich fand es trotzdem interessant, aber ich glaube auch, da hätte man dann doch irgendwie noch mehr rausziehen können, wie du sagst, mit dem großen Heinz, der irgendwie noch mehr ist oder auch die Eskalation, die am Ende stattfindet. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob es dann noch hätte, weiß ich nicht, blutiger, härter, heftiger sein können sollen. Vielleicht, weiß ich nicht, dann wäre es mehr so ein Genre-Film gewesen. So ist es halt, wie du sagst, so ein Drama oder so eine Beschreibung dieses Kirmesalltags. Ja, ja. Beschreibung des Kirmesalltags ist ganz gut, weil ich hätte gerne mehr Milieustudie und weniger dieses Familiendrama. Und dann wäre das, glaube ich, richtig cool geworden. Also ich fand den okay. So, es ist jetzt, also wäre ich im Kilo gewesen, hätte ich wahrscheinlich mich ein bisschen geärgert. Es sei denn, es wäre eine Sneak gewesen. Für eine Sneak ist das vielleicht ganz cool. Aber Vollpreistitel, das klingt wie eine Videospielbesprechung jetzt, für ein volles Ticket reicht es mir nicht. So, ich bin relativ gnädig mit dem Film, gehe da aber auch so ein bisschen mit euch mit. Ich hätte mehr Milieustudie gerne gehabt. Und zu meiner Verteidigung, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie mehr Boxen erwartet habe oder mehr Action oder so etwas. Wie gesagt, mir ging es ja bloß darum, okay, es hat was mit Boxen zu tun. Also einen Grund zumindest mal reinzuschauen. Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt Action-Spektakel, Riesensportdrama oder irgendwas erwartet habe, sondern einfach nur einen guten Film. Und dementsprechend hat meine Enttäuschung nichts mit irgendwelchen Erwartungen zu tun. Ja, das ist doch gut. Und die Kämpfe waren ja, also so ein bisschen dieser typische Spruch, für das, was es sein will, waren die Kämpfe gut. So, finde ich. Dieser Spruch passt hier so ganz gut, finde ich. Weil vom Hockerreißen tut einem das nicht und man merkt auch schnell, dass es eigentlich nicht ums Boxen geht. So, hatten wir ja vorhin schon gesagt. Ja, ich finde es einfach schade, dass die Handlung auch, also bevor es so ins Kriminelle geht, ist also auch dieser typische Fall, der dann irgendwie mit der Figur stattfindet, das war auch schon irgendwie sehr vorauszusehen, was dann passiert, oder? Das fand ich irgendwie schade. Also nicht, dass es dem Film groß um die Handlung geht, weil die erste Stunde, ist das ja irgendwie nicht so relevant, aber dann wird irgendwie die Handlung relevanter. Und da habe ich gedacht, hätte es nicht gebraucht, einfach vielleicht noch weniger Handlung. Ja, naja, das stimmt. Das ist so ein bisschen, mach mehr, da sind wir wieder bei Reffen, mach mehr Only God Forgives und dann wäre es vielleicht natürlich ganz klar mehr Genre, aber das hätte mir auch mehr getaugt. Heißt das, du magst Only God Forgives? Ja, ich mag den. Finde ich geil. Ich habe den nämlich damals auch gefeiert, aber es gibt nicht sehr viele, die den wirklich mögen. Nee, ich bin, also Reffen finde ich ganz, 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 ganz toll. Ich habe noch lange nicht alles gesehen, aber ich mag das gerne. Deswegen, ja, aber man darf es halt auch bei einem deutschen Film von einem Regisseur, den man halt auch so gar nicht auf dem Schirm hat, darf man es wirklich nicht mit Reffen vergleichen. Nein, keineswegs. Ja, ja, aber wie gesagt. Ja, das ist im Endeffekt das, was man, finde ich, über den Film sagen kann. Wenn ihr jetzt noch, brennt euch noch irgendwas unter den Nägeln? Vielleicht noch eine Sache wäre, wir haben jetzt die Handlung mit der Tochter so kritisiert, ich fand die Schauspielleistung von der jungen Schauspielerin richtig gut. Ja. Also die, die gehörlose Tochter spielt und die halt auch zu Recht einfach richtig abgefuckt von ihrem Vater ist, das fand ich richtig gut. Also das spielt sie toll, das ist halt vielleicht irgendwie eine undankbare Rolle innerhalb dieser Geschichte, aber wie sie es macht, fand ich sehr gut. Ich glaube, das ist Lara wert, ich bin mir aber nicht sicher, weil hier Letterboxd da leider nicht alle Namen anzeigt. Ja, das stimmt, das kann ich, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber die war, die war gut. Die hat das wirklich, also dieses, dieses abgefuckt sein vom Vater und die Enttäuschung hat man hier voll ins Abgenommen. Ja, absolut, ja. Das stimmt. Werner, möchtest du noch irgendwas Schlaues oder auch nicht was Schlaues sagen? Ich höre mir auch gern dumme Sachen an. Ich habe noch nie was Schlaues gesagt, deswegen werde ich es gar nicht versuchen und... Ja, aber ich wollte dich ja nicht immer so darstellen, deswegen... Netter Versuch, weiß ich zu schätzen. Ja, aber nee, ich habe tatsächlich alles gesagt, denke ich mal und klar gemacht, dass mich der Film nicht wirklich abgeholt hat, obwohl er seine Stärken hat, obwohl er durchaus was zu bieten hat und frische Ansätze zeigt, gerade fürs deutsche Kino, ist die Umsetzung am Ende des Tages öde, langweilig und einfach nicht gelungen, trotz schönem Drumherum. Okay, das klingt gut. Johannes? Ja, ich finde, das ist ein sehenswerter Film, auch wenn man sich irgendwie darauf einstellen muss, dass der durchaus vielleicht mal zäh und langatmig ist, aber es ist halt einfach mal ein anderer Film, wie ich so auch aus Deutschland noch nicht gesehen habe. Und auch wenn ich jetzt nicht vollends begeistert bin, habe ich tatsächlich Bock, mir die anderen Filme von dem Regisseur anzugucken, um mal zu sehen, was der sonst so gemacht hat, weil ich das irgendwie ja spannend finde, dass er da schon irgendwie eine eigene Handschrift hat. Und also ich glaube, mich hat vor allem halt die letzte halbe Stunde gestört, weil davor fand ich das, das war auch manchmal etwas zu lang, aber durchaus interessant und diese, das sind halt alles so schräge Gestalten, wie man es vielleicht auch so ein bisschen klischeehaft von der Kirmes sich vorstellt. Aber ich finde, der macht das schon irgendwie mit Empathie, diese Leute zu zeigen, auch wenn man halt gleichzeitig zeigt, dass es halt auch scheiße ist, dass es irgendwie so Leute sind, die auch irgendwo nicht woanders hin können. Und ja, also finde ich, kann man auf jeden Fall machen. Also ich bin auch wie du, also hätte ich den jetzt nie gesehen, wäre ich schon glücklich auf jeden Fall gewesen. Genau, ja, ja, alles klar. Ja, da bin ich eher auf Seiten des schlauen Johannes und nicht des, nicht so schlauen Werners. Also betitelt er sich ja hier selber. Deswegen möchte ich, möchte ich dem doch auch gerne zustimmen. Nein, da kann ich nicht mehr, nicht mehr viel zu sagen, außer, dass, egal ob ihr euch den danach anguckt oder nicht, auf jeden Fall überall, wo es Like gibt, uns mal abchecken solltet, weil wir sind großartig und auch unser Discord ist großartig. Kommt uns da mal besuchen, sagt uns mal Hallo. Und jetzt dürft ihr noch die beiden zauberhaften Stimmen zum Abschied und Tschüss sagen hören. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Ich sage es auf meine Art. Let's get ready to rumble. Bye, bye. Ich muss auf jeden Fall bald mal wieder in den Autoscooter. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.